hallo und herzlich willkommen zu einer folge hier auf der marsch weiter geht's mit der aussage mit dinkel und was machst du du denn und da stimmt der edle herz auch mit dabei hallo ich tu ja er dümmt gerade auch unser rapselt dann würden wir nächstes jahr dicke schoten kriegen ich mache ein bisschen dinkelaufsaat als mission um ein bisschen startkapital für samstag zu haben für ganze gerätschaft für die grasernte um das entsprechend ein silo zu fahren zu silage später geplant ist ein häckster mit aufnahme entweder mit das ding zum aufnehmen oder direkt mähen was effizienter ist traktor kann ja theoretisch mit dem verdäckerschneidwerk auf schwatt legen das kann der kurs play machen das kann er ganz gut hochzuck und du fährst hinterher und nimmst das entsprechend auf und auch drei fahrer 23 werden mit dem hänger fahren und abfahren und ich werde halt bei der silo platte halt das ganze entsprechend verteilen und verdichten so ist der plan für samstag meine hüfte schmerz aber mein bein stecken alter schmerz das ist der erste startschuss für die rente wenn die hüfte nicht mehr will aber lieber verzichte ich auf die rente und habe eine gesunde hüfte das tut doch nur weh wenn ich längere zeit sitze also wo wir arbeiten merke ich noch nichts so dann werde ich nachher mal den lkw schnappen und ein bisschen saatkug hierher fahren und dann falls es was fehlen sollte noch mal eine runde zurück fahren hier brauchen wir nicht gewaltz werden hier ist mission solche nie geht ich 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 heute lange nacht muss ja auch hier aufstehen es hat sich ein bisschen gelegt die teststraße nicht mehr so stark besucht wie jetzt zum anfang entweder haben es alle sich verteilt irgendwo so gibt ja auch diesen google test den mann zu hause machen kann aber ich bin der meinung macht den pcr test ich glaube der mit google ist nicht so genau da fahr ich öfters freie näher wegen nichts so helfer ein und ich hole mal den lastwagen und gucken die saadgut nach bisschen großen transport Schöne Wiese, schöne Wiese, schön gewachsen. Feldnummer 12, Klima auch noch voll und abgefahren. Dann wären wir Millionär, wären wir reich. Hast du mich Saatbook gekauft? Ich habe keinen Saatbook gekauft, ne. Was ist das für? Für, für, das sind sieben Paletten. Ist doch Saatbook, ne? Für euch, Hoffnung, ja. Wäre ja ganz blöd, ich lade auf und dann ist Dünger. Ja. Dann muss ich nochmal fahren. Die D-Maschine sagt, Dünger nehmen wir nicht an. Das müsste eigentlich reichen in diesen Paletten. So. Umstellen. Ah, Y-Zelon. Euro-Paletten. Y-Zelon. Y-Zelon ist gut. Gibt es noch an, Y-Zelon eine Großschrift oder sowas? Deswegen mal einsteigen. Weil ich habe neulich mal was da umgelegt. Ich glaube, ich kann da. Ich glaube. Glauben. Glauben ist nicht wissen, du. Doch, ich weiß es. Tja. Ich kann gar nicht auffahren, du. nicht ne kann er nicht er kann Euro Paletten, Flüssigkeit tank, BigPack Paletten kann schon lass stehen, lass stehen ich fahr nicht Euro Paletten übergrößt dann muss es so gehen schon willst du etwa ich doch nicht das sieht nur so aus also hast Pinat gegessen ja ja das ist gutes Zeug hier und da genau, du kannst das mit L bedienen ich nicht haha ich hab dich eingespält mit drauf nein oh ein Geist ja genau kennst du den Spruch von Bundy zu Peck? ne wenn du noch weniger tust dann bist du ein Geist ja 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 ganz gut aus ja oder wenn du wenn du Langeweile hast dann putz und koch für mich ne du musst dünn ja du sollst nicht kochen und putz für mich geht doch gar nicht würde ich auch nicht machen viel zu weit weg durch aber wenn das gehen würde wirst du sagen komm ran hier koch und putz nicht so so auf zum Feld 77 70 hm 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 Ich werde müde. Schöne, schöne, schöne Baumwolle. Ah, Materialdüngerwein. Alle, ne? Wo ist ein Materialdüngerwein? Zwei. Ach, da oben. Okay. Und ich glaube, kein Dünger. Ja, das ist ein Konz, aber Düngerwein. Ja, das ist Konz. Möglich. Ich werde mit Anikon. So, bar. Was haben wir noch an Missionen? Wo hat er sich festgefahren? Nee, doch nicht. Oh, jo, 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 jo. Was haben wir noch zu tun? Bei 18%. Gruppen werden noch 71. 60. Gruppengerät haben wir nicht. So. Ah. Ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Nein, 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 nein. Schon gewusst. Bald ist Wochenende. Morgen. Morgen, ne? Ja. Ich hau noch meine Faugen nicht rein. Ja. Beziehungsweise, äh, selten. So, wo war die Mission mit Groban? Weiß ich nicht. Welt 71. 71, ja. Das geht ganz gut nebenbei. Lass das. Was denn? Ich hau das. Was denn? Was geht das denn? Was geht das denn? Ich will Spinade gessen doch wieder, ne? Nein. Wie fährt der andere Traktor? Ja, fertig, fahren alle. Alles gut. Wo ist die 71? Ach, da ist ein kleines Feld. Anführungszeichen. Oh, sechs Minuten dafür. Oh, hier ist nicht gedüngt. Nix. Nötig Kalk. Muss gewalzt werden. Da kriegst du noch viele Aufträge hier. So. Feld 78, da muss doch eine Aufgabe für dich da rein. Ich hab ne Aufgabe, ich bin noch am Düngen. Ist nicht dabei. Ist nur Düngen, also unsere Mission Ballen pressen, also viel Gras. Es gibt neue Düngenmission für 34. Echt, aber kann ich mehr als drei Missionen auf einmal annehmen. Ich hab nur gesagt, es ist keine da. Ich weiß nicht mal. Ich hab gesagt, dass man da eine machen könnte, wenn man eine fertig hat. Ich hab ja nur gemeint, weißt. Es steht immer noch da eine hier. Jetzt lassen wir mal zum hochfahren. Das ist unser Radfahrzeug. Jo. Ich fahr mal mit. Vielleicht klappt das sogar. Dann sehen wir, wo er rausfährt. Uh, die Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. So, die Schauer. Das soll's von heute gewesen sein. Wir sagen euch schon Danke, falls wir hier reinschauen. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, wo geht's hier weiter? Hier, der Marsch. Der Rest Düng, der Rest Aussage, der Rest Gruppe. Tschüss. 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 Tschüss.